Wenn es im Fach der Filmwissenschaft jemals eine Art Positivismus-Streit wie den zwischen Frankfurter Schule und Wiener Kreis gegeben hat, dann war es wohl der zwischen kognitiver und psychoanalytischer Filmtheorie. Dieser Streit lässt sich aus zwei miteinander verflochtenen Perspektiven begreifen. Die erste ist historisch. Ab den 70er Jahren setzt nämlich in der angloamerikanischen Filmwissenschaft eine polemische Attacke auf die psychoanalytische Hegemonie ein und zielt auf einen Paradigmenwechsel, weg von der französischen Theorie um Althusser und Lacan und hin zum Kognitivismus. Die zweite Perspektive ist epistemologisch. Es meint den Streit darüber, wie und vor allem welches Wissen über Film produziert werden soll und was überhaupt als Wissen zu bezeichnen ist. Dieser Disput trägt wiederum die Spuren des ewigen Streits der zwei Kulturen in sich, also der zwischen Natur und Geisteswissenschaft. Und dies bringt uns zur Gegenwart. Die Frage nämlich lautet nicht nur, was den Streit in der Filmtheorie auslöste, sondern auch, wie dieser unser Nachdenken über Film bis heute prägt. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Wie es sich für gute Widersache gehört, teilen Streithähne gerne einmal eine gemeinsame Ausgangslage, an der sich schlussendlich die Geister scheiden. Dies gilt für die Kontroverse zwischen Frankfurter Schule und Wiener Kreis. Dies hat Hans-Joachim Darmes in seinem Buch Positivismusstreit nachgezeichnet. Dies gilt aber auch für die Gräben zwischen kognitivistischer und psychoanalytischer Filmtheorie. Was also bildet den Ausgangspunkt dieses Streits? Er lässt sich im Grunde auf ein Diktum von Christian Metz reduzieren, welches da lautet, Zitat, Was man zu verstehen suchen muss, ist die Tatsache, dass die Filme verstanden werden. Zitat Ende. Denn dies ist ja eine verblüffende, ja fast naive Sache. Wir verstehen den Film. Die Frage lautet daher, wie der Film eigentlich strukturiert ist, damit wir ihn verstehen können. Und daran knüpft wiederum die Frage an, wie der Filmzuschauer zu beschreiben ist, um diesen dann in ein wie auch immer geartetes Verhältnis zum Film zu stellen. Stephen Lowry formuliert es wie folgt, Zitat, Die grundsätzliche Frage tritt sich um die Definition des Subjekts, Zitat Ende, und zwar in Relation zum filmischen Verstehen. An dieser Stelle kann man die beiden gegensätzlichen Auffassungen der psychoanalytischen und kognitivistischen Filmtheorie auf eine einfache, aber verständliche Gegenüberstellung reduzieren. Und diese sieht wie folgt aus. Die Psychoanalyse geht davon aus, dass der Film den Zuschauer konstruiert. Der Kognitivismus geht davon aus, dass der Zuschauer den Film konstruiert. Betrachten wir diese harte Trennlinie einmal genauer. Beginnen wir mit der poststrukturalistisch-ideologiekritischen Psychoanalyse, denn nur in Abgrenzung zu dieser lässt sich der kognitivistische Ansatz verstehen. Was wir hier vorfinden, ist ein Subjektbegriff, der sich an Louis Althussers Ideologietheorie anschließen lässt, welche wiederum selbst von Jacques Lacan und der Psychoanalyse beeinflusst ist. Doch der Reihe nach. Wie definiert Althusser das Subjekt? Subjekt meint hier gemäß der französischen Doppeldeutigkeit des Begriffs immer auch Untertan. Das Subjekt ist also das, was von einer gewissen Ideologie als eine gewisse soziale Identität angerufen, adressiert, also konstituiert wird. Althusser schreibt, Zitat, Das Individuum wird als freies Subjekt angerufen, damit es sich freiwillig den Anordnungen des Subjekts unterwirft, damit es also freiwillig seine Unterwerfung akzeptiert und folglich ganz von selber die Gesten und Taten seiner Unterwerfung vollzieht. Es gibt Subjekte nur durch und für ihre Unterwerfung. Zitat Ende. Deswegen geht es bei diesem Ideologiebegriff auch nicht mehr um irgendein falsches Bewusstsein, sondern um die tagtägliche Konstruktion sozialer Identität durch soziale Praktiken. Diesem Subjektbegriff von Althusser liegt nun wiederum die Lacansche Abkehr vom selbstidentischen Subjekt zugrunde. Das meint, dass Identität stets Identifikation mit etwas anderem meint, dem eigenen Spiegelbild oder der Gestalt eines anderen Menschen. Identifikation ist also immer imaginär. Sie ist also Idealbild und Illusion zugleich, setzt also so etwas wie eine notwendige Selbstverkennung voraus. Versucht nun, dieses sich notwendig selbstverkennende Subjekt in der Gesellschaft zu bewegen, Wünsche zu äußern, Begehren zu bedienen, so tritt es in die symbolische Ordnung ein, muss sich also einer gewissen Machtordnung unterwerfen und ist bereits benannt, mit Althusser gesprochen angerufen. Und zwar bevor er es überhaupt auf die Welt gekommen ist. Die Frage lautet nun, was dieses Subjektmodell von Lacan und Althusser mit dem Film zu tun haben soll. Die grundlegende These lautet, dass das zuschauende Subjekt im Kino, als eines charakterisiert wird, welches durch unbewusste Faktoren determiniert, ja ideologisch angerufen wird. Das Kino selbst also produziert bereits gewisse ideologische Effekte, die auf den passiven Zuschauer einwirken. Der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger betont daher zu Recht, dass wir es hierbei um eine grundlegende Theorie zum Zuschauersubjekt haben. Es geht also gar nicht so sehr um einen oder an den anderen konkreten Film, sondern um ideologische Wirksamkeiten, die grundlegend und generell im Kino stattfinden sollen. Wir haben es also bei der psychoanalytischen Filmtheorie mit einer dezidierten Kulturtheorie zu tun, die das Kino als ideologischen Apparat begreift. Hier kommen wir nun der These, der Film macht den Zuschauer ein Stück weit näher. Zwei besonders bekannte Zuspitzungen erfährt die Subjekttheorie einerseits in der feministischen Filmtheorie bei Laura Mulvey, andererseits in der Apparatus-Theorie von Jean Baudry. Fangen wir mit Mulvey an. Hediger schreibt hierzu, Zitat, Für Mulvey ist der Blick im Mainstream-Kino immer männlich. Triebkraft des Kinos ist die männliche Kastrationsangst. Der männliche Regisseur und mit ihm der männliche Zuschauer bewältigt seine Furcht vor dem Organmangel, indem er die Frau, die den Organmangel repräsentiert, einer ambivalenten Inszenierung unterwirft. Frauen werden im klassischen Hollywood-Kino zur Strafe für ihren Organmangel bald zum Objekt degradiert und gedemütigt oder sie werden überhöht und glorifiziert dargestellt und zum Fetisch- und Ersatzobjekt gemacht. Zitat Ende. Das Kino wird in dieser Perspektive also zu einer Schule des Denkens. Es dient zur Einübung des männlichen, schaulustigen Blicks. Damit ist für den konventionellen Film eine weibliche Subjektivität ausgeschlossen und das aus dem einfachen Grund, weil sich die gesellschaftliche Teilung der Geschlechterrollen in aktiv und passiv im Kino reproduzieren wie manifestieren. Malvey schreibt, Zitat, Die Frau ist Bild, der Mann ist Träger des Bilds. Zitat Ende. Die andere psychoanalytische Theorie ist die von Jean Baudry und lässt sich als Apparatus-Theorie begreifen. Wir haben es hier mit einem abstrakten Modell zu tun, welches in keinster Weise empirisch oder argumentativ begründet werden kann und zugleich auch nichts über einen konkreten Film auszusagen hat. Was die Apparatus-Theorie aber behauptet, ist, dass der Zuschauer im Kino vergleichbar mit dem platonischen Höhlengleichnis ein Opfer ideologischer Verblendung ist. Eine solche Argumentation überbrückt zwar, so hat es Hartmut Winkler festgestellt, stolze 2000 Jahre Kultur- und Mediengeschichte, aber sei's drum. Im Rekurs auf das Spiegelstadium wird behauptet, dass das Zuschausobjekt im Kino sitzt und durch die Kinotechnologien dazu verleitet wird, sich selbst an die Stelle des Kamerablinks zu setzen. Und so verfällt es dem Irrglauben, den Film selbst zu sprechen. Und so gibt es sich einer Identifikation hin, die eine weitere notwendige Selbstverkennung produziert. Christoph Hesse hat hier auf einen besonderen Punkt aufmerksam gemacht. Denn was passiert in der Apparatus-Theorie? Das Subjekt wird als absolut ohnmächtig definiert, als braver Untertan, der sich an die falsche Stelle imaginiert und sich dadurch brav und gemäß der symbolischen Ordnung verhält. Denn wer sich nur mit den Reichen und Schönen identifiziert, so die Logik, wird mit den Armen und Ausgestoßenen bestimmt keine Revolte beginnen. Gleichzeitig aber ist das Filmobjekt, der Apparat, also all das, was auf den Zuschauer einwirkt, formal vollkommen unbestimmt. Vincent Hediger schreibt dazu passend, Zitat, Das Kino ist eine Maschine, die Subjektivität produziert, oder vielmehr eine Maschine, in der sich gewisse Gegebenheiten des Zuschauersubjektes objektivieren, deren Struktur und deren Programme sich aber ihrerseits auch wieder in der Struktur des Subjekts abbilden. Zitat Ende. Genau darin finden wir ein extremes Missverhältnis zwischen Subjekt und Dispositiv vor und auch eine Einseitigkeit, die sich nur so lange hält, wie wir dem Idealismus folgen, den uns Baudry da auftischt. Die kognitivistische Filmtheorie bricht nun vollständig mit diesem Paradigma und das möglichst polemisch. Noel Carroll beispielsweise wirft der psychoanalytischen Theorie die Produktion von Unsinnsproser vor, während David Baudrill die Beliebtheit des subjekttheoretischen Paradigma mit dem süffisanten Hinweis erklärt, dass diese Texte im Unterschied zu Adorno oder Habermas nun einmal entspannt und benutzerfreundlich wären, wie es also mit angenehmer Strandlektüre zu tun hätten. Doch mit einer solchen Polemik ist die eigene Position ja noch nicht erklärt. Wie also definiert der Kognitivismus das Zuschauersubjekt? Die kognitivistische Filmtheorie verwirft das passive, determinierte und verblendete Zuschauersubjekt und geht stattdessen von einem aktiven, denkenden Ich aus, welches bewusste und rationale Operationen durchführt, um den Film zu verstehen bzw. um zu verstehen, wie der Film strukturiert ist, damit er verstanden werden kann. Der Zuschauer konstruiert also aus dem Rohmaterial des Plots eine Geschichte, indem er Hypothesen aufstellt, Informationen sammelt und überprüft, Fährten nachgeht und manchmal auch erkennen muss, dass er belogen wurde. Aus dem ehemaligen untertänigen geknechteten Subjekt geht nun ein freiheitlicher, autonomer, aber ebenso unbestimmter Zuschauer hervor. Was nämlich ist dieser Zuschauer? Hier kommt es zu einer durchaus ironischen Umkehrung der psychoanalytischen Subjekttheorie. Während diese nämlich das Kino als Maschine auffasst, so ist es im Kognitivismus nun der Mensch selbst. Gemäß der Computertheorie des Geistes ist unser Gehirn selbst so etwas wie ein Computer, der gewisse Rechenoptionen und Rechenaufgaben löst. Man könnte also sagen, dass das irrationale Begehren in der Psychoanalyse nun durch das kühle Bedürfnis nach Sinnproduktion und Verstehen ausgetauscht wurde. Das heißt, dass der Film in erster Linie Informationsträger ist und der Zuschauer, also wir, wiederum diejenige Instanz, die die übertragene Information zu dekodieren bzw. zu verarbeiten haben. Dazu greift der Zuschauer wiederum auf gewisse Hinweise zurück, die er gemäß seines Vorwissens abgleichen und verstehen kann. Das schließt selbstredend gewisse formalerzählerische Konventionen und auch gewisse typische Genre-Regeln ein, schließt aber abseits des filmbezogenen Wissens wiederum generelles Weltwissen oder auch narratives Wissen aus. Was aber fangen wir mit intersubjektiven, kulturellen, gruppenspezifischen Wissen an? Diese Frage bleibt unbeantwortet und Stephen Lovry stellt hierzu eine interessante These auf. Zitat, Der kognitive Ansatz kann vielleicht erklären, wie ich einen Film verstehe, nicht aber, warum ich ihn überhaupt anschaue. Zitat Ende. Hans-Jürgen Wulff und Britta Hartmann verdeutlichen, dass die kognitivistische Filmtheorie ohne den Neoformulismus nicht gedacht werden kann. Und das meint erstens die dezidierte Hinwendung zum filmästhetischen Material und zweitens eine Kontextualisierung der historischen Entwicklung von Form und Stil. Was also ist der Grundgedanke in der konkreten Betrachtung von Form, Stil und historische Entwicklung? Dieser besteht zunächst einmal in einer Negation. Negiert nämlich wird die Antwort auf die Frage, was der Film eigentlich ist und was der Film eigentlich sein sollte. Für diese alten ontologischen Fragen interessiert sich der Neoformulist nicht. Sein Ansatz soll, so haben es David Bordwell und Christian Thompson beschrieben, weitaus bescheidener sein. Es geht also um das konkrete Filmverstehen, um die Prinzipien des Stils, um Fragen der Plottgestaltung und um die Art und Weise, wie uns Informationen vermittelt werden, die wir dann verarbeiten. Dafür aber braucht es konkrete Begriffe und Hartmann und Wulff schreiben zu Recht, Zitat, dass derzeit wohl kaum ein anderes filmwissenschaftliches Projekt solche Kohärenz und Konsistenz aufweist, wie das neoformulistisch-kognitivistische. Zitat Ende. Dazu lösen Bordwell und Thompson zunächst einmal die traditionelle Gegenüberstellung von Form und Inhalt auf. Inhalt ist nun nichts anderes als die Manifestation der formalen Gestaltung eines Werks. Wurde anders ausgedrückt, der Neoformulismus erhebt den Formbegriff zu einer totalen Kategorie. Jens Bonnemann schreibt dazu, Zitat, mit der Form ist vielmehr alles von der Zuschauerin in der Filmrezeption wahrgenommene gemeint, von dem aus sie die Erzählung sowie die räumliche und zeitliche Ordnung des Films erfasst. Zitat Ende. Diese begriffliche Totalisierung der Form ermöglicht es, den Film als eine spezifische Anordnung unterschiedlicher Cues, also Hinweise zu verstehen, die wir als rationale, denkende, aktive und verstehen wollende Subjekte im Prozess der Dauer des Films sammeln, ordnen, auch mal umstellen müssen, so oder so zu einem ganzen Formen. Nun könnte ich weitaus ausführlicher auf die spezifische Wirkungsweise, die Differenz von Story und Plot eingehen, dies aber habe ich bereits in meinem ersten Filmtheorie-Video getan, welches ich in der Videobeschreibung noch einmal verlinkt habe. Stattdessen soll es mir noch einmal um den Zuschauer gehen, denn dieser ist nicht nur rational und aktiv, sondern in erster Linie eine hypothetische Entität, ein Idealfall, ein impliziter, ahistorischer Klassen-, Haut- und geschlechtsloser Zuschauer. Entscheidend ist hier eines, dem kognitivistischen Neoformalismus geht es um die Frage nach der Rezeption des Films und nicht um seine Interpretation oder kulturelle, gesellschaftliche oder politische Bedeutung. Denn dies fällt ja Bortwell und Co. gemäß in den Bereich der Unsinnsprosa. Und genau diese Ablehnung der Interpretation führt uns zur Einleitung zurück. Welches Wissen wollen wir eigentlich in der Beschäftigung mit Filmen produzieren? Was mittlerweile offenkundig sein sollte, ist, dass der Kognitivismus sich im Gegensatz zum hermeneutischen Modell der Psychoanalyse stärker an einer naturwissenschaftlich ausgerichteten Reflexion orientiert. Überspitzt formuliert heißt das nur das Messbare, also das Sichtbare, das Konkrete, das empirisch Beweisbare. Das, was der Fall ist, ist in der Analyse zulässig. Alles andere fällt unter den weiten Bereich der Metaphysik. Doch verengt der kognitivistische Neoformalismus damit nicht das Feld des Vernehmbaren. Wie verhält es sich zum Beispiel mit der körperlichen Reaktion auf den Film? Was ist mit den Affekten, die wir haben, wenn wir einem Film folgen und die eben nicht einfach in unserem Kopf stattfinden? All das spielt ja in dieser kühlen, präzisen Analyse kaum bis gar keine Rolle. Die Frage also lautet, pendelt der Neoformalismus mit seiner Kritik an der Psychoanalyse nicht von einem Extrem ins andere? Ist nicht das Gegenstück zu einer gegenstandslosen Theorie einer begriffslosen Analyse, also eine, die nicht fragt, was die kulturellen, sozialen und politischen Implikationen des Kinos sein könnten? Oder nochmal anders gesagt, kann eine positivistische Methode ein Gegenstand, der eben keine Natur, sondern eine Mensch- und Kultursache ist, tatsächlich so behandeln, als hätten wir es mit empirischer Gegebenheit zu tun. Oder aber ist die Kunst, denken wir nur einmal an den alten Adorno, nicht immer auch das Inkommensurable, das Undenkbare, das Andere, das Dialektische, das Reale? An dieser Kritik kann man etwas Bemerkenswertes feststellen. Denn es ist richtig, ein grundlegender Verdienst der neoformalistischen Methode besteht darin, den Film als Kunst und damit als eigenständige und von unserer Alltagssprache verschiedene Ausdrucksformen empor zu heben. Etwas, was in der Psychoanalyse eben kaum der Fall ist, denn hier geht es ja nur um dispositive Ideologien und Spiegelstadien. Doch kann es sein, dass der Kunstbegriff von Bortwell & Co. zu kurz greift und das meint, dass er schlussendlich reduktionistisch ist, weil er abseits von historisch zu beobachten Normverstößen die phänomenologische, politische oder philosophische Blickrichtung auf den Film ausschließen will? Hartmann und Wulff liegen vollkommen richtig, wenn sie schreiben, Zitat, das Kino ist eine kommunikative, ästhetische und gesellschaftliche Tatsache. Zitat Ende. Es stimmt also, der konkrete Film muss gemäß seiner spezifischen Formverfahren analysiert werden. Er muss aber ebenso als kulturelles, soziales wie politisches Artefakt in einen größeren Rahmen eingeordnet werden können, um auf diese Weise etwas über Gesellschaft, Kultur, Politik und so weiter zu erfahren. Und hier scheint die positivistische Methode des Neoformulismus zu eng getaktet zu sein, während die ideologiekritische Psychoanalyse viel zu offen und zu unspezifisch ist. Es braucht also so etwas wie eine Reaktualisierung der symptomatischen Bedeutung bei gleichzeitiger Verteidigung des Films als eigenständige Kunst. Hermeneutik ja, aber nicht als die Suche nach einem letzten Sinn. Dazu ein abschließender Gedanke. Am Ende hat die Psychoanalyse zweifellos Unrecht, wenn sie sagt, dass das Kino eine ideologische Maschine sei. Doch genauso wenig hat der Neoformulismus recht, wenn er behauptet, dass der Mensch eine sei. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört ihnen. Ich nehme die 문제 diferença. Ich nehme die ganze Zeit alserschmetz, wo ich die Art-Sie bergeleisse. Ich nehme die eine Art-Sie bergeleisse. Und hier habe ich mein Leben.